hey leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weitere folge von tc geo pokémon sammlerkartenspiel online so ja melone tv a.k.a.sha a.k.a.mohamed a.k.a. wie auch immer du noch namen auf youtube hast hat sich ein tanatora und zwar ein spezielles tanatora gewünscht aus einer speziellen erweiterung also beziehungsweise ein spezielles aus einer erweiterung und zwar wenn ich das finden würde dankeschön hier und zwar das aus flammenmeer und zwar ist es dieses kampf tanatora mit steinrutsche und felsen quetscher um ehrlich zu sein die war überlegen war ein überlegen steinrutsche ist das vielleicht für irgendwas gut energiekarten und 30 schaden vielleicht werde ich irgendwann mal nur auf diese attacke drauf gehen aber ich würde ins geheime gehe ich glaube ich erst mal auf fels quetscher gucken wir mal drei volle energien also doppel farblos bringt mir nix ich habe das wolfrock einfach kopiert denn so weit passt eigentlich alles das brauche ich das brauche ich das 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 brauche ich auch kara turbo brauche ich auf jeden fall dann habe ich halt nur das utan zu father umgewechselt und habe mir halt das full art regio reingepackt ich war überlegen drei regio rocks und in der dreierlinie aber ich denke mal peto hara nämlich dass das lustigste ist dass es aus drachen leuchten und es gibt kein doch es gibt flammenmeer aber ich finde den aus flammenmeer das peto hara finde ich jetzt nicht so toll dass das sandwebe ist zumindest noch nützvoll das ist noch nützvoll das lustigste ist in drachenleuchten gibt es aber kein tanatora eben einfach nur ein bitora eingepackt und das war es sehr 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 komisch aber naja gut viel ist nicht zu sagen konny bromley et cetera leist stein für die ganzen gedöns kennen wir eigentlich aus dem wolf deck sind eigentlich schon recht gute karten natürlich erweitert konny ist halt erweitert ich würde sagen hoffen wir auf ein glück das einzige problem daran ist tatsächlich dass es drei energie benötigt also viele viele runden das heißt ich muss anfangen sonst sieht es mau aus oder ich kriege irgendwie die rocara schnell an bord und et cetera et cetera et cetera legen wir los schauen wir mal ob wir heute mit diesen mit diesen tanatora irgendwie gewinnen können planter elektro drache könnte das für eine kombi sein vielleicht ricky hofnir und fedakil silvaro das könnte möglich sein das könnte wirklich möglich sein das normal pokémon keine ahnung aber ich könnte mich natürlich auch komplett irren ah ok es ist pokowai verstehe bügel wäre mir jetzt lieber auch gut gewesen aber ok ok ähm nehme ich noch ein bitterware mit ja feldgebläse nicht tauschbrüche auch nicht nimm mal wahlband denn schon denn schon das meines gesagt das erste lege ich das mal hier an ähm man weiß ja nie ob da jetzt irgendwie ein feldgebläse kommt und äh keine ahnung aber da fängt es schon wieder an ne rüpel das ist gerade schlecht für mich die rüpel und ich kann gerade gar nichts machen ja bevor ich die super angel wegschmeiße benutze ich die keine energie das ist schlecht das ist schlecht null energie ist sehr sehr schlecht das dauert dann umso länger ne ach ne wenn ich pokémon mit drei energie spielen muss ne das ist echt ne qual und das problem ist er hat sogar ich habe hier noch eine schwäche ne 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 das das kann nix werden das kann nix werden das kann nix werden Leute das kann einfach nix werden neues Duell neues Duell kein pflanze bitte ich habe keinen bock auf weil ich schwäche habe ne 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 warte mal hab ich hier ne doch nicht ich war gerade überlegen ob ich hier doppel farblos denn ne ok ok is ok energie ja Müssen wir mal jetzt schauen. Löff anfangen. Okay, bitte Hara. Nach Taradek und Cyaner, okay. Ja, bitte einmal entfernen. Ich hole mir jetzt ein... Zweites Bit, Hara. So, einmal bitte plattern. Wetschehügel. Das ist super. Da einmal Regirock. Gleich einen Hyperball. Brauche ich Conny. Conny ist okay. Okay. Das sieht doch jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Aber nur ein kleines bisschen. So, Schleier kann mir nichts anhaben. Okay. Regirock willst du haben. Dann ist mein Plan jetzt gerade zunichte gegangen. Aber... Ist okay. Ok. Okara ist zwar da, aber trotzdem ist mein Plan zunichte gegangen. Ja gut, dann hole ich mir jetzt ein Tanatora und... ... 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 Häh? Habe ich nicht eine Energie weggeworfen? Oh mein Gott, bin ich so verwirrt, dass ich das schon nicht sehe? Ups. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Energie. Oh! Er kann sich nicht entwickeln. Weil seinem Zian auf der Hand liegt. Lola Ach, come on Psychokinese, dein Ernst? Kapo Valla wegschmeißen? Es ist, ach, komm Ach, game, du machst es mir nicht wirklich einfach, ne? Ah, 2, 4 Ah, was soll jetzt kommen? Wir brauchen Karten Du Scheiße Kriegen wir wenigstens noch 20 Schaden raus Nein, kriegen wir nichts Oh, 200 Damage kann ich nicht machen 1 Äh, 10 10 10 120, 150 150 150 150, 170 mit der nächsten Energie 170 Äh, das reicht nicht Das reicht vorne und hinten nicht 200 live Das passt vorne und hinten nicht Das ist ja scheiß gerade Ach, ist das nur Watze Und das Vieh braucht scheiße viel Energie, ey Okay Okay, 170 Ich muss gleich Bromleys wegwerfen, Leute Oh mein Gott Ich muss gleich Bromleys Drei Bromleys wegwerfen, ne? Drei Stück 170 170 nur Oh, ey 30 Schaden, ne? 30 Schaden Fehlen mir Das ist jetzt mega ärgerlich Jetzt gerade alles Ja, tschüss Tannotora Und jetzt Ja, würde ich sagen Habe ich ein Problem Ich brauche Rokara Turbo Ich brauche Energie Damit ich das nächste Tannotora mit Energie ausstatten kann Was weiß ich, mach Ich brauche Rokara Turbo Ich brauche Energie Und wer es Wenn es noch möglich ist Auch eine Wahlband wäre ganz gut Aber die drei Karten Zu bekommen Ist, äh Recht schwierig Okay Das ist das erste Jetzt fehlen mir nur noch zwei Karten Und drei Bromleys wegwerfen Drei Stück Ach komm Ja, okay Okay Das war's Verdammt Ja Ok Okara ist down Okara ist down Nein Nein Oder wer hebt die GX-Attacke für Mewtwo auf? Das kann möglich sein Aber das glaube ich Weniger Er zieht sich zurück Ich habe aber sowas von einem Problem Gerade Ich habe keinen Bromleys mehr, ne? Nichts habe ich Ich habe nicht mal zum Bromleys mehr Alles weggeschmissen Und jetzt habe ich den Salat Jetzt habe ich da einen Hier 127 auf 200 Und kann das nicht erledigen Nicht gut gespielt Also Muss man sagen Er hat gut gespielt Ich bin machtlos Ich bin sowas von machtlos Hat Rokara noch überlebt Dann werde ich Fick dich Fick dich doch einfach ins Knie Ganz ehrlich Hier Gleich Karte auf oben Ey Vielleicht keine Karten mehr Wenn ich Endspieler EINSTEME EINSTEMMEN EINSTEMMEN Schöpfung lanf EINSTEMMEN 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 WELSHEV LING Ich kämpfe aber weiter. So, Diamantgeschenk. Wir gehen weiter auf Bittuara und Tana Tora. Ja. Ich weiß es nicht. Also. Mit Bittuara tot kann ich jetzt gleich. Ich denke aber nicht, dass er jetzt. Er könnte sich heilen. Ja, okay. Er wird sich heilen. 60 Schaden, Heilung. Wie viel heilst du dich? 30. Ja, das reicht aus. Du lebst noch. Ich mache nur 70. Die Chance ist jetzt recht klein. Also die Chance ist recht groß, dass er da jetzt noch so eine Power abkriegt. Habe ich überhaupt noch irgendwie Energie? Ich habe keinen bloßen Schimmer. Ich glaube nicht, ne? Ich gehe gleich auf Cards. Ähm, jetzt bin ich überlegen. Zurückziehen. Nein. Nein. Warte mal. Nee. Dann mache ich wahrscheinlich gar keinen Schaden. Ich brauche dieses Tana Tora so oder so noch. Alter, Alter. Was habe ich denn immer für lange Kämpfe? Und ich habe nichtmals einen besiegt, ne? Hier habe ich 10 Schadenspunkte. Da habe ich 30 Schadenspunkte, die mir fehlen. WTF. Ich bin gleich, äh, ich habe kein, äh, gleich, äh, Card auf. Keine Card los. So. Ich zerstöre mich selber. Ich habe drei Bromleys verloren. Wegen Platan. Das ärgert mich so mega an Platan, ne? Ich habe noch N. Nein, ich habe keine Zeit. Bardo beschäftigt. So. Was will der denn jetzt machen? Geh auf Tana Tora. Oh, das reicht nicht aus. Er hat 20, er kriegt, er kriegt 80. Er kriegt 80 auf dem Buckel. Oder er teilt, hält das auf. Ist okay. Ja, wir nehmen das Tana Tora. So. Felsen, Felsenquetscher. Einmal bitte. Ja, wie soll ich jetzt da rankommen? Oh, nee, nee, Junge. Nee, wir finden hier. Taurus. Das ist okay für mich. Ja, danke schön. Felsenquetscher. Felsenquetscher. Wardshot. Danke schön für das Taurus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für das Taurus. Taurus. Nach Tara. Du schickst nach Tara nach vorne. Why? Ich werde jetzt gleich mal an Capo Fallenergie anlegen. Habe ich gerade vergessen. Wieso? Du hättest das doch rausnehmen können. Aber, okay. Jetzt sieht es für ihn schlecht aus. 20 Stamage reicht nicht aus. Hey, das war aber knapp. Auch nochmal schön den Boost rausholen. Felsenquetscher mit dreimal Stärkeenergie, Schwäche und... BAM! Wow! Haha! Haha! Wow! Ich habe gewonnen, weil der Gegner einen Fehler gemacht hat, mir einen Taurus hinzulegen. Haha! Nice! Wow! Also damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. So, aber einen Kampf werden wir aber noch machen. Das erste war ja relativ kurz. Das war ja auch schon lang. Wir haben jetzt schon die 25 Minuten, aber einen Kampf werde ich noch machen. Das kann lang oder kurz sein. Mal schauen. Aber es ist halt ärgerlich tatsächlich mit den Bromleys. Ärgerlich. Kann ich... Kann ich jetzt nichts ändern. Okay. Wir werden jetzt erstmal Okara anlegen. Energie. Ja, okay. Äh. Was hole ich mir denn? Mewtwo. Ich würde sagen, noch ein Bitohara. Ah. Ja, danke schön dafür. Äh. Noch ein Bitohara und... Ja, Energie Lotterie. Nee, ich nehm... Ich nehm alle Stärken, Neki, komm. Wir hauen drauf. Wir hauen drauf. Habe ich angefangen? Nee, ne? Habe ich schon wieder vergessen. Oh, come on! Äh, scheiß! Ernst, ey? Was kommt denn mir mit das an? Aber du kannst mir keinen Schaden zufügen. Ah, okay, ich hole mir trotzdem jetzt, äh... Platon. So, bitte. Turbo, Energie. Ich sagte, Turbo und Energie. Nicht mal, dass das funktioniert. Äh. Also, warte, dann legen wir hier an. Ich brauche Turbo! Bitte! Bitte, tu mir den Gefallen. Ja, es ist Dingens. Oder? Das macht keinen Schaden. Det macht keinen Schaden. Pushst du jetzt nun Mewtwo? Und Rokara hat das keinen Schaden. Okay. Ich muss jetzt sogar N spielen, sonst komme ich nicht vorwärts. Das ist ein Mega, oder? Ah, okay. Das ist... Das ist so jetzt... Das ist eine gute Hand. Das ist wirklich eine gute Hand. Okay, ähm... Ich kann gleich... Ja, ich kann gleich attackieren. Das muss ein Mega sein, bei so vielen Energien, die er da anlegt. Ein Mega-Y. Was ist denn jetzt? Egal. So. Äh, wir werden jetzt gleich die zwei Energien hier dran legen. Und dann gleich, äh, hier noch Stärke-Energie. Dann bin ich schon mal relativ gut bestückt, was Energie angeht. Das könnte man natürlich auch anders verstehen, aber... Äh, passt soweit. So, ich werde mir den Hyperball noch mal nehmen. Kapufalla ist da. Zur Not kann ich noch... Da noch was machen. Sehr. Ein Diamant-Geschenk. Und einmal bitte an das Tanatora da unten. Sehr schön. So, ich mache jetzt... Wart mache ich hier... Zwei... Äh, achtzig... Äh, warte mal. Das sind 40... 120... 160... 180. Das würde sogar ausreichen. Ich mache jetzt hier nur... 110, ne? Ja. Ich will das Tanatora... Äh, ich zeige... Wie dumm bin ich? Ich zeige auf meinen, äh, auf meinem Monitor mit dem Finger. Ähm, hier. Ich möchte dieses Tanatora, äh, natürlich jetzt erstmal nicht verlieren. Zum 108... 40... 120... 120... Ah, come on! Auf dich zu heilen. Weißt du was? Du willst es nicht anders, ne? So, Felsenquetscher. 160 nur. Ach, du Scheiße. Ich brauche mal einen anderen Regirock. Habe ich mir verrechnet. Bromley? Danke schön. Oh mein Gott. Das lief richtig gut jetzt. Richtig gut. Das war jetzt ne schöne Runde. Also, für mich. Ernsthaft? Ich habe irgendwie zwei Siegerungen. Aber wenn derjenige der Tanatora gewollt hat. Äh, du kannst ja vielleicht Ideen reinschreiben, wie du das geregelt hättest. Ähm, welche Karten du vielleicht genommen hättest. Also nicht Anzahl, sondern nur wirklich, äh, mir sagen, was für Karten du genommen hättest. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Wertung da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann!